Aber jetzt gehen wir nochmal Richtung Richtung Hütte. Ich muss mich auch eilen, weil ich habe nicht mehr so gut den Stuff für... Also ich erfriere ziemlich schnell. Da bestimmt auch gleich das Erfrierungsrisiko kommt. Und solange ich hier rumrenne... Nützt du mal nicht, aber machen muss ich es. Zum Lagerbüro muss ich erstmal kommen und da kann ich ja hier neues Zeug herstellen. Und dann... Ich bin gerade ein bisschen ruhig weil ich auf die Umgebung achte. So, hier vorne kann jetzt ein Wolf kommen, aber natürlich ist ihm kalt. So, hier vorne kann jetzt ein Wolf rumrennen zum Beispiel. Ja, Frierungsrisiko, das war mir klar. Ja, wir haben halt keine Mütze mehr auf, keine Handschuhe. Das ist ein bisschen blöd. So, ich werde schnell was trinken. So, scheiße mein Timer habe ich nicht eingestellt. Warte mal, stopp. So, ich werde schnell was trinken. Na ja, der ist kalt, ich will es. Mit dem Wolf muss man vertreiben. So. So. So, das haben wir geschafft. Komm mit. Nimm's halt nicht. Dann nimm's halt nicht. So, das haben wir auch geschafft. Puh. Na ja, wie sich. Puh. Puh. So. Die Hürde haben wir schon mal gemeistert. Ort. So, jetzt können wir auch mal ein bisschen so herstellen. Okay. Hmm. Hmm. So. Dann erst mal anziehen. Zack. So, eigentlich bräuchte ich auch noch Schuhe. Haben wir hier noch nicht irgendwo Schuhe? So, jetzt erst mal was essen. Zack. Und was trinken. Zack. So. Zack. So, das reicht erst mal. Werkbank. Dreieinhalb Stunden herstellen. So. Zack. So, jetzt haben wir erst mal das. Ja, Schuhe. Puh. Das ist so. Ich könnte eigentlich oder mal. Leder. Leder. Rehlederstiefel. Zwei getrocknete Rehhaut. Getrockneter Daumen. Das nehmen wir mal mit alles. Das können wir zu legen. Warte mal. Warte mal. Ja, wir machen jetzt. So, warte mal. Zwei. 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 mal gucken hat die noch was 46 die hat 0 das wollte ich ohne zu legen weg die hat noch was drin ok so jetzt dann gehen wir mal schlafen wir brauchen jetzt schuhe keine ahnung habe ich habe ich keine habe ich alles zerstört habe ich hier noch was liegen gelassen schuhe oder so näher auch leer 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 ja habe ich immer noch keine schuhe auch nicht gut kann ich kann ich sowas improvisiertes machen wo sieht es bei konnte ich nicht ja so vorbereitete birkenrinde was doch immer ist so reintet weiß nur nach dem gedrängt sehe ich genauso leder stiefel ich habe halt nix dafür ich kann jetzt das kann ich noch trocknete wolfspelz wir haben halt wir haben halt keine schuhe das ist scheiße ich kann sie eine seehütte noch aufmachen und dann und hoffen dass der schuhe drin sind aber erst mal den stoff hier so viel brauchen wir nicht so verlegen kriegt man gar nix ich gucke mal ob ich das brauche ich ja eigentlich nicht so komische bügelsäge brauche ich auch erst mal nicht so die schmiede haben wir nämlich mal mit das brauchen wir nicht so erstmal nicht das ohne ich das nehmen wir dann alles mit geht noch so wir machen die eine seehütte noch also wo wir den schlüssel haben und dann haben wir es soweit eigentlich müssen wir dann noch die überlebenstrainings dinger machen und alle vorräte finden dass wir die trofäen krieg bekommen aber ich glaube das sprengt den rahmen von dem let's player so wir können wirklich nur hoffen dass wir da was finden denn also schuhe zumindest finden hm also hat sich das doch alles gelohnt dass ich ganz viele schöne kaninchen gesammelt habe naja ich auch ja 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 Da konnte man nur irgendwie hochklettern. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Ich glaube, das wurde aber ganz hinten. Ganz hinten war das Haus.